Die Firma Otten Bauelemente führte am 14. September das Cero-Fenster, The Invisible Window, in einer Hausveranstaltung geladenen Architekten vor. Nach einer ausführlichen Präsentation wurde das Cero-Fenster, das als ganz glas Schiebetür agiert, vorgestellt. Dies ist einmalig in Schleswig-Holstein und nur bei der Firma Otten erhältlich. Wir haben jetzt hier eine große Ausstellung von 1000 Quadratmetern, die dementsprechend alles zeigt, was Architektenwünsche höher schlägen lässt. In diesem Zug haben wir dort eine Vorstellung einer Cero-Wand, einer ganz glas Schiebetür, die wir heute präsentiert und feierlich eingeweiht haben. Die ganz glas Cero-Anlagen erreichen eine Größe von einer maximalen Höhe von 6 Metern. Ein Flügel kann in einer Breite von 4 Metern gefertigt werden, sodass wir eine Quadratmetergröße von weitaus über 15 Quadratmetern erreichen, die die Laufrollen dort bewegen. Also von einer Gewichtslastung von einer Tonne pro Flügel, der bewegt wird, ist hier die Rede. Und wir können damit also große Ganzlauföffnungen in großen Villen oder Einkaufshäusern dergleichen erreichen. Die Besucher zeigten sich interessiert und begeistert und bekamen anschließend ausführliche Antworten von Hauke Otten und seinem Team. Untertitelung des ZDF, 2020